www.overwatch.de 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 im Setup schauen, nicht immer ich. Ja gut, wenn ein Lucio frei ist, könnte man drüber reden, aber gut, okay, wir haben sind jetzt eh belegt, passt. Hallo Reaper! Okay, ich habe gehört darüber. Eieiei, da geht es gleich rund. Ich auch. Aber ordentlich. Scheiße. Okay. Jetzt sind gut. Kommt schon, jetzt sind gut. Glaubst du, dass ich da bremse für dich? Kannst du mich gerne. Keine Sorge. Affe, du kommst zwar schon noch rein. Nein, ich will nicht da runterfallen. Reaper, hilf! Oh! Oh! Ja! Ich weiß, Lucio. Ich gehe mal wieder. Er hat sich heraufgesucht. Komm schon! Komm schon! Mit 50% Damage Reduced! Okay. Let's see if that's... Ich kann nicht sagen, aber ich habe viel Gold in mir. Das heißt nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich der Uber Hero bin. Weil wir spielen nach wie vor auf 2,1. 2,1 flucht sich. Aber ich finde einfach, dass ein Damage Dealer mehr reißen sollt. Meiner Meinung nach. Äh, ja. Äh, nein. Ich bin vor allem einheim. Los, los, los! Uns macht es was sinnvolles. Alle miteinander. Ja, da war's noch 2 Zeitpunktes 1 mit Zolltap Oder sollte oben bleiben? Na ja, rein Na, guten Baum Oder Sohle, da weiß nicht Okay, irgendwas sollte jetzt mal sterben Nicht wir Oh, oh, Mies Vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen eine Chance Hallo Hallo Mach mal den Mediota, komm, wo kommst du? Oh Alter, den hätte ich eigentlich erwischen müssen Oh Alter, nein Ah, Mies Das ist so Mies Das ist ein Scheiß bei Kampfer Das ist ein Scheiß bei Kampfer Das ist so Mies Das war's für Dredon. Ah ah, jetzt nicht. Ah, Mist. Wenn ich jetzt nicht tun soll. Ich meine, noch schaut es ja so aus, es könnte was packen. Komm schon, ne dritte Runde wenigstens dran, dass das ganze Geschissen für uns ausschaut. Jawoll! Nicht meinen verdienst, aber gut. So, und jetzt trauen wir auf, Alter. Die Seele eines Mannes ist solcher schön. Ball, Ball, mein Ball. Ach gut, dein Ball. Zeig was du kannst, komm. Das dauert viel zu lange. Was passiert? Nicht mies. Abmarsch. Wieh, wieh, wieh... Oh ja, darf ich mir irgendwas zum Schubsen haben? Der ist Sauber Ja, hab ich gemerkt Die Scheiße wieder Oh ja, wenigstens ist die Widow mal unten kurzzeitig, aber die greift wahrscheinlich nicht gleich wieder raus Weg von die Wände! Nicht so wie ich gerade Schubsen von dem Ding ist ziemlich lästig So Para Nicht auf die Beste anscheinend Vielleicht sogar drauf Vielleicht hätte ich Hallo, wann? Ich geh sicher nicht von dem Punkt da weg, außer ich sterbe Geh weg Oje, das kommt von oben Ich glaube wirklich, dass die von oben abkommt Ich weiß nicht, dass die von oben abkommt Ja Da kickkopp, du Sucker, abde! Du unendige Ah, der Reaper! Ich hasse den! Wirklich! Machtses! Nein! Nein! ... Lass uns mal Gas geben! Oh, 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 oh Bitte tun wir die Schuppen der Bärbanken Fakt an die Sphäre Fakt an die Sphäre Jawohl! Sack! Hast du so gedacht? Oh, Scheiße! Stücke ich zwei Dreckwesen, aber sie holt davor! Scheiße! Können das jetzt nicht wieder verpassen! Gefahrungsstufe kritisch! So! Wir müssen es da rein, es hilft nichts! Es hilft wirklich nichts! Warum drücke ich den Haken falsch? Das gibt es ja nicht! Jawohl! Nice game! Puh! Haut hin! Wer ist es? Ich habe mich ein paar Mal gekeilt, aber wirklich gescheitkeilt! Ich habe mich ein paar Mal gehalten! Ich habe mich ein paar Mal gehalten! Passt, was euch gefallen hat, Like, Abo, was weiß ich, Daumen, die Richtung dürft ihr euch aussuchen und hoffentlich was Gutes und wir sehen uns, tschau!